Eine gute Besserung an der Stelle, Harris kam für ihn in die Partie und Viktoria kam weiter offensiv. Sie waren das leicht bessere Team in dieser ersten Halbzeit. Okpaitse, genau machen. Zweite Halbzeit. Wieder Viktoria mit dem besseren Start. Okpaitse auf Seifert. Der rutscht durch, da ist Laurenz Dehl. Und der sehr einfach vorbei an Wegener. Dehl, Okpaitse, Latte, Harris und drin das Ding. 2-0 Viktoria, Phil Harris und der sagt, wartet, wartet, wartet. Achtung, da ist er. Sein Signature-Move, der rückwärts Salto, Phil Harris auch schon für ihn. Das fünfte Saisontor, Laurenz Dehl macht das stark gegen Wegener, der natürlich auch nicht gut aussieht. Und dann ist Harris im Zentrum einfach am schnellsten und nutzt den Abpraller. Und dann ist Harris. Vielen Dank.